Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Wir haben mittlerweile schon Abend und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los mit der Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Let's go! Obla. Obla. Traurig. Ah ne, doch mit ihm können wir auch noch unterhalten. Es geht, es geht, es geht. Wie hat Otto und Kamerun get to Natalia so gemacht? Was ist ein Malcontent? Der Term ist sehr breit. Ich bin nicht sicher, dass ich das finde. Ich bin nicht sicher, dass Otto so ernst war. Ich wünsche, er würde versuchen, dass er einfach so glücklich sein würde. Einfach mal lockerlassen. Okay. Komm her. Wir haben einfach die Scheune, Leute. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du... Scheune. Neue Blaupause. Dies kann jetzt bei Parkers Dienstleistungen in Auftrag geben, wenn Heu fällt. Dann müssen wir das nicht mehr selber kaufen. Da können wir ein bisschen sparen. Oh, das ist gut. Die Scheune, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Die will ich jetzt schon sehen. Direkt davor ist ein Baum. Den machen wir weg. Der stört mich da. So, ein bisschen aufräumen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Kühe und sowas. Und wir brauchen Holz. Alles einsammeln. Alles weg. Mein Gott, hier legt aber auch viel Zeug rum, ne? Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, gut. Naja, jetzt sind wir halt schon mal dran. Jetzt können wir das auch wegrollen. So. Und wir können auch, wenn wir schon gleich dabei sind, unsere Hühnchen füttern. Die immer ganz viel Liebe brauchen. Und es ist sehr stürmig heute. So viel Liebe. So, Ei einsammeln. Stopp. Wo willst du hin? Ich hab's gesehen. Einfach weggerannt. Du kriegst auch Liebe. Stopp. Also wir bauen uns ja mittlerweile schon echt was cooles hier auf, ne? So. Und unser Kätzchen machen wir auch noch. Einmal schön gestreichelt. Oh, look at the head scratches. Head scratches. Süß. Wow. Okay, wir kriegen einiges. Jetzt haben wir ja wieder Holz. Jetzt können wir hier noch ein bisschen die Blumen anbauen. So. So. Da ich nicht weiß. Da ich nicht weiß. Welche Sorten ich noch habe an Blumen. Bauen wir die einfach mal alle hier hin. Hm. Jetzt geht schon nicht mehr weiß. Fehlt mir schon wieder Holz. Okay. Wir schauen. Die roten. Obola. Achso. Deine Gießkanne ist ja auch leer, ne? Ganz vergessen. So. Aufgefüllt. Auswählen. Gießen. Weil umso mehr Blumen wir im Prinzip haben, desto mehr Honig wird auch. Oh, wir hängen jetzt schon. Wird auch Honig produziert. Wie gesagt, da brauche ich wieder Holz. Jetzt können wir eigentlich hier nochmal den Baum fällen. Mh. 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 Thomas. Wir haben jetzt auch einen Stahl. Okay. Okay. Können wir mit ihm reden. Hemi. Hemi war schade, dass wir nicht zum Trial gehen können. Aber ich war ziemlich glücklich. Es war schade. Es war schade. Aber das ist ein Zechert. Ich bin kein schadeer Katt. Ich bin kein schadeer Katt. Gut. Ähm. Was wollten wir denn nochmal kaufen? Kürbissamen. Ich glaube, Kürbissamen war das. Mehl haben wir auch nichts mehr. Ach, machen wir mal nicht so viel. Machen wir mal fünf. Hafer. Haben wir noch was von? Reis. Wir müssen halt gucken, wie wir unser Geld ausgeben, ne? Hefe. Gut. So, bei ihm kriegen wir dann die ganz schicken Sachen. Okay. Ähm. Da hätten wir jetzt nochmal einen Maulbeersetzling, ne? Safran. Eins können wir ja mal kaufen, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir ein bisschen mehr an ihn verkaufen. Oh. Gut. Stoff kriegen wir jetzt auch bald zusammen, weil wir ja jetzt, äh... Okay. Halt ein Schafhaben. Hefe. Okay. Hey. Hey, Juliet. Hm. Du willst nicht sprechen? Nein. Du musst die Musik aufhören? Okay, sie will nicht mit uns reden. Können wir dir irgendwas verkaufen? Nichts, was wir doppelt haben, ne? Okay. Dann müssen wir halt einfach mal ein bisschen mehr angeln, Leute. Magnificent! Und nicht vergessen, Sophia ist nicht die einzige, die du geholfen hast. Jetzt Natalia ist frei, auch. Ich kann nicht herausfinden, warum Natalia verändert hat. Uh, weil es keine Beweise gegen Sophia gibt? Oh, Tara. Das ist nicht so, Sophia. It's about making sure we have a peaceful community that supports us all. Stopp. Bleib stehen. Hi, Kim. How are things? Great, actually. Wow. I don't think I have ever actually said that. But I've got a steady supply of product. My customers are happy. And I'm not sweating all over the deli slicer anymore. Things are, well, awesome. Alles klar. Was will er von uns? Hey, Otto. I didn't expect to see you out here. Wait, what are you picking? You usually ask me to cover this stuff. Oh, I was, I was, uh, well, the weather was so nice today and I, all right, fine, fine. I'm picking flowers for my dad. My mom's birthday is coming up and dad hasn't been the same since she passed. The mountain pass was her favorite place. So I thought, uh, maybe dad would like some blooms from up here. I thought you were embarrassed by your dad. I, he can't comment on that at this time. What I will say is that I admire his ability to express his emotions. I would rather not share my feelings like that, because I'm the mayor, I mean, it wouldn't be professional. Ähm. Bürgermeister haben auch Gefühle. Okay, wir sind jetzt befreundet. Das ist cool. Das ist gut. Are you in the middle of something? Just finishing my meditation. And not that yuppie yoga rubbish, by the way. This is my... Hmm. How to explain it? My Hindu version of reading the book of the mind that Cameron talks about. Oh. Oh, is this something that you learned back home from your parents? Sort of. We don't talk, my parents and I. Oh, it's fine. You couldn't have known. Um. What about your parents? Hmm. Kann ich Fairhaven nur schwer erklären. I relate to them, okay? But I can't get them to understand, why I moved to Fairhaven. I understand. Fairhaven does seem to pull people to it. In my experience, it's only gotten harder and harder for my parents and me to relate to as time goes on. I wonder if it will ever get any easier. But in the meantime, I'm quite happy here on the island. So, ziemlich lockere Freunde. Kühn. Ähm, wir können auch gleich mal mit ihr reden. Aber wir sind eh viel zu selten bei ihr. I can't stop thinking about Sophia. She had to suffer for something we messed up. At least Tara and Amira got Natalia to quit spreading that Skinder. You did Fairhaven and Sophia a great service. Thank you both. Journeymen, we did our best to keep the Wellspring balanced. But all that trying amounted to a hill of beans. The Wraith still got out. It's the danger we always feared would emerge from the Wellspring. It's true. We have to do a better job of keeping this island safe. But for now, let us turn our attention to the changing of the seasons. It won't be easy this time. Novice. Herbalist. How would you feel about another trip to the Gloaming? I thought you'd never ask. Yeah. Which is it. Look, normally we wouldn't need herbs and flowers from the Gloaming to turn fall into winter. But the season-changing ritual draws heavily on the Wellspring. So I think we can't be too careful. You'll be looking for a mushroom called the Trumpette de la Morte. Look. I don't remember much French from high school. But I think you're asking us to find a death trumpet. Correct. Ooh! I've never seen them before. They grow in places where the Wellspring magic once flowed, but then got cut off. Which gives Trumpettes de la Morte special properties. But don't worry. They just look like funky chanterelles. They're not dangerous. I think. And they're often found inside favoring. So we know what to look for when we're in the Gloaming. Novice. Once you and Herbalist have found a Trumpette de la Morte, combine it with a tiger lily flower and a pearl to make an incantation for turning the seasons. The rest of us will stay here and tend to both the Glamour and the Wellspring. We're on it. Was sollen wir machen? Ein Winterzauberretourat. Okay. Und finde. Neue Zauberformel. Ich hab halt nicht so viel... Ach, das geht schon. Hab ich schon was zu essen? Das bräuchte ich. Ich bräuchte erst noch was zu essen. Also doch noch nicht in die Dämmerung. Kleinen Moment. Müssen wir jetzt erst noch mal machen. Den Roboter hab ich bis jetzt noch nicht einmal in Action gesehen. Das probieren wir mal aus. Essen hab ich dir mal gegeben. Und wir geben mir da ein Energie-Saphir. Den Magie-Ein. Bleib Pellot fünf Tage lang. Einen Tag lang. Drei Tage. Sieben Tage. Zehn Tage. Wow. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Hier, wir salben aber mal hier unsere Eierchen ein. Boah, wie cool. Guck, der füttert die jetzt. Das finde ich ja mega, dass das jetzt hier rumspürt. Okay. Hier, weil bei ihm könnte man gut, wenn es nur eine allraune ist. Naja, ich dann. Guck, bei ihm brauchen wir jetzt nichts mehr zu verkaufen. Dann gehen wir jetzt mal in die Dämmerung. Wir machen vielleicht noch mal eine Opfergabe. So, jetzt haben wir ja nämlich Energie voll. Okay. Ich muss auf jeden Fall nun mal hier lang. Und, ähm... Etwas gießen. Okay. Oh nein. Ich muss die Pflanze jeden Tag gießen. Okay. Moment. Wir können zaubern. Dann tun wir das. Das wäre jetzt... Also, das wäre jetzt fatal gewesen. Noch drei Tage. Zeit dran. Komm, den nehmen wir auch nochmal. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Es sind so noch zwei Tage, ne? Jeden Tag gießen. Erinnert mich mal dran. Oh, hier ist die Faerie Ring. Aber ich sehe nichts in der Mitte. Huh. Me neither. Unless... Oh, nein. In der Faerie Ring, die Größe kann es wundern. Es ist möglich, dass alles in der Ring gegründet wurde. Erinnert mich, dass wir in der Faerie Ring gegründet wurden. Das ist nicht ein reales Ding. Wir sind wunderschön. Erinnert mich. Erinnert mich. Erinnert mich. Wie sind wir diese Fungus? Well, wenn wir eine Schränk-Potion in der Faerie Ring gegründet wurden, wenn wir in der Faerie Ring gegründet wurden, wir könnten auf den Trompett'n level. Aber... Aber... Wir brauchen auch eine Grö-Potion, oder wir werden auch die Grö-Potion in der Größe. Wir brauchen zwei. Hier sind die Recipes. You'd better get to it. Wir haben nicht mehr Zeit. Wait. Me? Uh, excuse me, Miss Herbologist. Aren't you the Potions-Expert? And any self-respecting Herbologist wouldn't allow this teaching opportunity to pass them by. Of course. All right. I will get brewing. Okay. Wir brauchen... Zaubertrinke. Also. Also. Ähm. Den kriegen wir sogar ruckzuck hin. Schokoladen-Cupcake. Oh Gott. Okay. Also müssen wir jetzt eh backen. Insgesamt sechs Tränke. Jetzt ist es schon mal eine Menge. Was brauche ich denn nochmal? Stopp. Was brauche ich? Jetzt kann ich nicht mehr gucken. Nein. Ich brauche zwei Stück. Also brauche ich zwei Cupcakes. Hier. Ich brauche da noch zweimal Mehl und zweimal Zucker. Aber der Laden hat natürlich jetzt zu, ne? Wie lange braucht es, bis das fertig ist? Okay. Das geht. Okay. Wie cool ist, läuft das Ding da drüber? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also. Ich habe jetzt wieder Energie und Mass. Schwebetrank. Das können wir nochmal machen, ne? Wir gehen erst nochmal. Hier hin. Bitteschön. Jetzt haben wir immer ein bisschen Geld. Okay, wir gucken noch kurz, was die anderen uns sozusagen haben. Ich brauche echt noch ein bisschen mehr Barren, ne? Eisenbarren. . Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. ach so ja weil mir noch hier das rezept kam für ok holt laufsam nachher brauche ich es halt für irgendwas dann bin ich eigentlich am tag bei wenn ich es hab nee wir warten noch mal meinheit das geld ist momentan nicht so wie wir das gern hätten we one thing that petty is hard to win over and well that's only because she is i mean i freed her from a warlock and she still gives me grief all the time wait you did what oh it was many centuries ago when she first came here it's not something we speak about a warlock had trapped their in servitude i screamed and set her free any fey would Schön. So. Damit würde ich auf jeden Fall auch die Folge hier beenden. Ähm. Lasst auf jeden Fall mein kleines Kommentar unter dem Video für mich da. Und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.